Juhu, heute habe ich eine Idee, und zwar werde ich ein Portal bauen, werde da mal reinschlüpfen, will mir da was holen, und dann werde ich noch was mit einem Pilz machen, aber das verrate ich jetzt mal noch nicht, das ist eine Überraschung. So, ach, was habe ich denn hier, ich habe hier, was ist denn jetzt schon wieder hier, 5, jetzt, also sowas, so, und zwar, Moment, ich will erstmal gucken hier, und zwar brauche ich ja Eimer, machen wir erstmal das mit dem Portal, so, dann nehmen wir hier die Eimer mit, zack, 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 die machen wir vielleicht einmal leer, die brauche ich jetzt nicht, nehme ich mit Wasser, die müssen wir mal zum Lager rutschen, und zwar war ja der hier hinten irgendwo Lager, oder? Chup! Ach, es wird schon noch dunkel, oder was? Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Ups! Wow! Wir müssen mal durch jetzt hier, ich meine, ich habe ja die Mops nicht an, ist jetzt nicht so schlimm. genau, und dann wäre ich mir schon mal so ein Portal hinzimmern und ein, naja, irgendwas mit dem Pilz, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Das bleibt ein Geheimnis. Hier erstmal das Wasser auskippen, gleich mal hier in diesen Wassersee rein, so, das mache ich jetzt mal hier so, ne Axt brauche ich jetzt auch nicht, also Big Axt meine ich, und gebe das Wasser hier mal rein, nach letzten Werten, jetzt, jo, da habe ich mir frei, ruhe ich mir Lava, da habe ich die Axt, ach scheiße, ich hätte auch gleich die Axt mitnehmen können, naja, egal, jetzt, so, ich will erstmal Lava, na, was ist jetzt hier, oh fuck, ich will mir aber nicht die Füße rein, hier, ah, jetzt, so, was ist denn eigentlich, wenn hier da Lava was eh alle ist, hehe, muss ich mir neu erlauben, ein Fleck suchen, wa. So, das lege ich mal weg hier, und dann gehen wir wieder zurück, und ich mache mir dann auf einen anderen Fleck, das mit den Oxidansteinen, also wir brauchen ja da viermal breit und fünfmal hoch, also brauchen wir hier acht und fünf sind zehn, also achtzehn, bin ich jetzt nicht alles täuscht. So, das müsste das achtzehn sein, hole ich mal schnell die Axt noch mit, die Diamant-Axt, ich hoffe, die hält was aus, weil das ist ja dann meine einzigste, die ich habe, ne, ach, zehn, vier habe ich ja schon, ne, immerhin. So, dann mache ich das jetzt mal schnell, schon mal, wenn ich jetzt schon vier habe, dann habe ich dann vier und sechs, jo, zehn, oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? So, dann machen wir das jetzt hier mal einfach, zack, 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 zack. na, wupp, und noch eine, bitte, jawohl, so, dann wo ist meine tolle Axt hier, die hole ich mal gleich mal hier, und dann machen wir gleich mal einen großen, ach, das war die Erde, Abbau hier. So, dann dauert es halt wieder ein bisschen, ne, ach, soll's. Wenn man schön haben will, dauert es dann halt ein bisschen länger, ne, aber einen haben wir schon mal. Jetzt ist natürlich das Problem hier mit den Orden, ne, heh, heh. Na komm, geht kaputt, geht kaputt, los, ne, heh, 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 heh. Scheiße, das ist Mist, ja, es ist Mist. Da habe ich eine Idee eben mal, ich glaube ich, wenn ich mich immer üben mache, dann wäre das mit dem Wasser hier nichts. Ja, das ist wirklich Mist, da habe ich eine Idee eben mal, ich glaube ich, wenn ich immer üben mache, dann wäre das mit dem Wasser hier nichts. Äh, äh, mit dem Abbau meine ich. Ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen Wasser weg. Ähm, wie ist das auch alles, heh, wartet mal. Vielleicht klappt es vielleicht auch nicht, schauen wir mal. Okay. Ach, blöd, den kann ich auch von oben hauen, ne, heh, heh. So, naja, das war's jetzt, ich mache das jetzt so und da hau ich erstmal die drei hier oben weg. Genau, und ein Hauch von oben einfach drauf, passt schon. Ja. Na komm. Tup, 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 tup. Einmal. Jawohl. Wird, es wird, es wird. Ich würde gleich noch oben machen, könnte ich Arsch. Naja. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Ist jetzt halt das erste Video nicht so spannend. Dafür wird das nächste ja etwas spannender werden. Und dann nicht alles holen. da ist noch ein Steinchen wie für einmal habe ich den überhaupt gehabt 1,2,3,4,5,6 ach das ist noch der dann hier dann haben wir sie alle jawohl das war jetzt eigentlich so eine unendliche Quelle oder muss ich mal testen schnell das geht nicht ach doch naja gut ok na jetzt nicht mehr jetzt habe ich ja den Boden reingemacht nee ich glaube nicht das war ja durchgespielt so jetzt machen wir das ganze nochmal mit 6 Eimerchen 1,2,3,4,5,6 genau und dann habe ich 12 und dann 13,14,15,16 da fehlt immer noch was geil als wenn hier so ein bisschen näher wäre da bin ich schon eigentlich auf der Karte wartet mal das möchte ich mal schnell schauen da hinten war noch Lava das ist zu weit weg wo bin ich denn hier bin ich denn hier ähm hab ich ja den sehen den sehen können die hier vorne also Lava da hinten ja das ist die wohl schwer ne dann ist das schon gut so ok gut dann holen wir nochmal schnell Lava da kann ja auch 3 Teile draußen machen wir schauen da mal 3 Teile mehrere halt ne das ist ein bisschen dunkel aber egal ich sehe ja noch was ihr seht auch was wenn ich das so sehe seht ihr ja auch was juhu und wieder auf diesen Berg schon immer da lang holen wir mal wieder Lava da brauche ich dann aber nochmal Na, na, ah, jetzt wird, es wird langsam leer, mein C hier. Oh, es wird leer. Naja, für jetzt wird es wohl noch lang, ne? Für meinen Vorhaben jetzt. Na, jetzt. Schade, dass ich nicht noch mehr Eimer habe, sonst hätte ich mir jetzt diesen dritten Weg dann sparen können. Naja, was soll's, nicht so schlimm. Ist, bin ich ja süchtig? Ja, nicht so schlimm. Ich muss mal eine Schrift trinken hier. Vor lauter Reden. Mit dem Mund drücken. So, jibiii. Oh, hier muss ich aufpassen. Das ist schon mal ein schöner Fall. Die ich übrigens irgendwann auch noch begehen werde. Oh, schau mal, wie die tollen Geräusche sind. Naja, ich erschrecke nicht direkt. Indirekt halt. Indirekt. So, und dann hatte ich da nämlich, wie gesagt, die tolle Idee, das verrate ich euch jetzt nicht. Also erstmal werden wir jedenfalls da in die Hölle gehen. Das hatte ich ja schon lange vorgehabt. Und, jubi, dann machen wir das einfach. Und dann geht's weiter. Also 12 und dann 4 sind 16, da brauche ich dann noch 2. Okay, shit, komm, wir wollen noch schnell, komm, wir wollen einfach noch schnell 6 Eimer. Ich meine, Lava haben wir auch immer gebraucht, wie ihr seht. Okay, vielleicht mal wieder ein Fernseher oder sowas herzhaubern. Da fiel mir nämlich schon die Idee so ein. Habe ich bei jemandem gesehen, auch ein YouTuber, auch ein Minecraft-Fan. Ja, kam mir die Idee heute, ich werde mal sowas bauen. Ja, jetzt habe ich mich wiederholt, bestimmt. Ihr habt das auch bei ihm mal geschrieben, dass er sich oft wiederholt. Aber mein Gott, ey, weißt du, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Zack. Na, gib mir Lava hier. Gib mir die heiße Glut. Oh, ne, geben, ne, wieder reinlegen. Ha, ha, shit. Geben. Ja, das ist jetzt echt dumm, wenn das seh dann hier. Ne, guck mal, da war nicht alle, oder? Warte alle? Ne, guck mal, da läuft schon noch, da läuft schon noch. Jo, genau, habe ich das heute wohl gesehen jedenfalls und dachte mir, wow, das ist eine geile Idee und das mache ich und du das noch erweitern und so. So mache ich das, so, aufi, aufi, so, zack. Dann machen wir die gleich noch, da langt auch meine Axt, denke ich mal. Meine Big Axt. Und dann suchen wir uns einen schönen Fleck noch aus, wo wir das hinzimmern, vielleicht noch ein bisschen Weg hinbauen, dass man auch wieder schön alles findet. Ne, ne, so, gehen wir gleich hier lang. Jawohl. Gibt es ja jetzt auch so eine Welt, ähm, also jetzt Hardcore, ne, glaube ich, genau, Hardcore war es. Das ist jetzt ja wirklich was für die, wo ist denn jetzt mein See? Okay, Hardcore, Leute, halt. Na, sehen. Ach, hier. Also da, wenn man jetzt was baut, und da gibt es ja auch Mops, kann man nicht abschalten, da ist immer auf Hardcore gestellt. Und, ach, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier los? Ach so. Da war kein Wasser. Ja, was ich jetzt nicht mehr sagen wollte, ist, ähm, da muss man echt aufpassen. Wenn man jetzt da was gebaut, ach Mensch, gebaut hat, und dann die Mops einen niederwälzen, man ist wohl auch die ganze Welt weg, oder irgendwie so. Also da muss man echt aufpassen. Na, so, ich mach mal die ganzen zwölf Steine hier nieder. So, das dauert jetzt halt ein bisschen. Müsst ihr euch jetzt halt ein bisschen gedulden. Ja, ich mein, vielleicht kann man ja einen so einen Tipp geben, wenn man das beschleunigt. Oder, ähm, schnell vorspulen oder so ein Zeugs da, hab ich auch schon mal gesehen, aber da hab ich jetzt echt keine Idee, wie das geht. Da gibt's bestimmt auch irgendein Programm dafür. Aber, aber, da hab ich eh keinen Plan. Also, alles weiß ich nicht. Man muss ja auch nicht alles wissen, ne? Ach, so. Tag und Nacht hämmern wir an diesen Steinen rum. Mir lief der Schweiß von der Stirn. Ich kühle mir die Füße im See ab. Das ist ja wohl wahr, ne? Ich stehe im See. Naja, mit dem Deich oder so. Bach, ja, ne? Besschen. Oh, komm, die kaputt. Manche dauern länger und manche Kürze ist mir schon aufgefallen. Ich glaub, das liegt an der Entfernung, denk ich mal. Ist man für die Axt gar nicht kaputt, oder was? Komisch, wenn die Big-Echse und Stone-Axt nicht kaputt, oder wie? Ist das neu, hä? Na, war was? War was? War was? Ich war's es nicht. Na komm, die kaputt. Geh jetzt kaputt. Auge, schmatt. Jawohl, jetzt ja. So, sind ja nicht mehr viel. Es wird langsam. Komm mal seit. So, heute ist ja die U-Umstellung. Dürft ihr nicht vergessen. Natürlich ist das Problem, ob ich das Video schaff, bei YouTube reinzusetzen, bis vor zwölf, glaub ich nicht. Schau mal. Naja, das wird bestimmt vergessen mit der Uhr. Ist mir ja schon mal passiert. Ach, ne, mir war's nicht passiert. Eine andere Kollegin von mir. Ja, genau. Komm, klappt eine Stunde zu früh auf Arbeit. Jawohl. Und dann hat sie irgendwie klatscht wie ein Muggel. Aber das fiel ja erst auf dem halben Weg ein. Da dachte sie, naja, jetzt kann sie auch weiterfahren. Und dann ist er halt nicht wieder hergegangen. Das kann ich dann schon mal. Aber es können dumme, blöde Dinge passieren, ne? Na ja, was soll's. Macht ja nix. So, der letzte Stein. Yeah. Wow. Komm her, du Stein. Hab ich sie alle. Also müssen jetzt zwölf sein. Ne, 18. Ja, 18. Drei, sechs, sechs, zwölf. Genau. Jo, haben wir's doch alles. Tun wir mal die Eimarscher wieder abliefern. Vielleicht hier oben im Wald, ne? Das Teufelsdor. Jo, war eigentlich ne Idee. Ja, alles klar? Okay. Jo. Ja, mir ist mal als Kind so was passiert mit der O-Umstellung. Das weiß ich noch. Irgendwie wollen wir mit dem Zug fahren und denken, Mensch, fährt dann der scheiß Zug heute nicht. Naja, mir war natürlich ein Stück zu früh da, ne? Ja, bestimmt zu früh war's. Naja, egal. Passiert halt, ne? Es ist halt leider so. Wartet mal, was hab ich gesagt? Fünf und achtzehn. Genau, genau, achtzehn. Ne, wunderbar. Hab ich ja vier übrig noch. So, also das und das und das. Außenrum vielleicht. Ach so, einen Weg wollten wir auch noch machen. Könnte man nicht mal so einen Cobblestone-Weg nehmen, Mensch. Ich hab so viel Cobblestone. Jo. Okay, machen wir auch schon mal Schnitt bis zum nächsten Teil. Das ist, sonst lange dauert hier. Also bis zum nächsten Teil. Sieோens vida naturale. Vielen Dank.